welche reinkommen aber so ja sehr witzig wenn noch mal leute reinkommen würden mich wundert dass gerade bei doppel rp und so in arena wo es keine reinkommt normalerweise immer doppel rp sachen immer voll ohne ende dann findest du eigentlich gar keine lernen lobbies haben wir wohl glück oder pech je nachdem gladiatoren herausforderer super das heißt wir ja zerstöre wir sind wir nicht machen hier die ja ihr seid die monster trucks wir sind die dann probieren wir es naja schade wäre so sehr cool gewesen wenn noch mehr leute reingekommen wenn man schön volle lobby hätten würde auch mehr geld bedeuten mit den kleinen karten fahren wir die jahre ist ja die mit diesem diesen mini verschwindet ausweichen die beiden anderen von monstertaxe müssen über uns rüberfahren haben wir sind auch fallen die machen auch schaden und da ich glaube es ist ein kleiner bahn ist auch mal ein bisschen weiter hier im fluschen gekommen das war scheiße dreh am rad ja da kannst du so sachen aktivieren und so in den zuschauer welche seite du stehst also wunde 1 direkt mehr gewonnen die hat eingeholt eingekreist aber ja wenn du nicht so sicher das wollte ich auch dann wäre ich auch noch dran gegangen angegangen ja der markus wollte wurde einfach von der baby besprungen also damit habe ich überhaupt kein problem und die sehen uns ja also ich sehe die ja klar sehen wir euch hier sieht ja aber wir haben euch nicht gesehen doch du siehst uns nicht vorhin wo ich klein war glück gehabt das hat aber gut geschah ja verdammt du bist drei minuten überleben dass wir müssen gucken dass du ein auto durchkriegen ja das katz kann was machen mit dem ding weiß ich die karriere auf dieser wochen die hat sich auf die seite gelegt die karriere die kurve fahren ich finde die man ist ein bisschen unhandlich zu fahren also besser zu fahren als den liberator oder so ok ja die sesquatches fahren sich eigentlich ganz gut aber hier auf dem sandigen untergrund ist halt scheißglas der zielten lenk und bremsweg schwarze bildchen gta-style ja mit nale schnecke schnecke hier kam es zu monsters 3 also jetzt muss auch noch mal tauschen jetzt muss euch wieder zerlegen glaube ich ja das wechselt nach jeder runde scheiße das hat wieder ein bisschen absteck gekostet jetzt also ich sehe ich nicht auf der karte doch wir sind nicht der klein ja wenn wir wenn wir die große aktien die kleinen auf die kleinen denn die monstern warum gehst du in dem moment hoch aber das hat getroffen man das war die rache dafür ja ich sie vorhin gekippt 200 2500 die nämlich die geschütztürme sind jetzt online ja die kannst du von oben auch bedienen da kannst du glaube ich auch die monster frakten wegschießen ich sehe ja nichts bei mir ist immer noch diese dumme vorschau wieder ja hier flippt ein monster kraft spiel warum darf ich nicht hier rein durch ich kann irgendwie nichts bedienen also muss an so ein ding rangehen dann sollte es verschiedene stellen in dem zuschauerraum ganz auf eine drohne bedienen und sowas muss dann nicht umgucken und aktivierungsstellen als ob sie nicht mehr in einem in dem in dem man sondern so wie ich Ich will keine rauchen. Och Spiel! Jetzt bleibst du an der scheiß Alphawand hängen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen einbremsen nehmen. Irgendwann. Ja, ist vorbei. Das kriege ich nicht mehr. Ich kann nur ein Rad drehen, ein Fernrohr benutzen. Das machst du ja eh! Ich kann ja zusätzlicher 5.000 Dollar aber jetzt sicher nicht. Sonst hier habe ich nichts anderes für irgendwelche Elektronen oder so. Ja, ich glaube, die geschützte, man kann es nur vom Feld ausgeben. Du hast gar keine Chance, da irgendwie dran zu kommen, weil das später noch einbremst. Wer noch einen reindrücken muss. Ich habe zu wenig Geld, um ein Fernrohr zu benutzen. Wie dumm ist das? Verstehe ich nicht. Oh, ich wusste es auch immer, gell? Ja, aber wie gesagt, das macht eigentlich auch am meisten Spaß, wenn die Lobbys voll sind. Aber die wusste nicht mehr voll zu. Ah, weißt du, du bist dahinter, du fährst instant die gleiche Route, pam, Alphawand. Das nicht durch. Ja, ne, das nervt mich einfach. Wenn du so eine Scheiße noch verlierst. Sowas frustriert einfach. Das kann ich mich haben. So. Runde 4. Vielleicht auch die letzte. Wer weiß. Aber das stimmt schon, ich finde das auch ein bisschen falsch rum. Eigentlich müssten die, ähm... Die sehen, wo wir sind. Die kleinen Autos müssten Monster Trucks hin und andersrum nicht, dass wir eigentlich sinnvoller. Du kommst jetzt erst mal mit dem Baum. Ach, das Spiel. Oh, mein Gott. Hau mal von mir. Ach, Mann, fick dich doch, Spiel, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. 33.000. Boah. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. So, das war das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, freier Modus. Ich geh noch mal kurz was zu trinken wollen und so und dann mach ich die nächste Miss Bacon. Sie kommen dazu an. Fangen wir an. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wch. alles für keine musik so warte mal so da kommt man wieder und es ist ostlich nebelig er dauert mir es ist ja gar nichts ich bin auch im ladebildschirm irgendwie ich habe mich am anrufen den michanen kicker anrufen So, boah. Ich bin ja schon auf dem Weg in das Baker. Ach mein Gott, fahr doch nicht da raus, wenn da einer durchkommen will. Okay, scheiß MPCs. Okay, am Rad kann ich auch noch nicht drehen, also gehe ich direkt bei das Büro von Mrs. Baker. Okay. 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 Hätte ich mich auch gar nicht melden können. Brauchen. Also. Eingeladen bis zu Kev, ne? Nur so. Ja. Bin nicht. Komm sofort. Erscheinen reicht. Nee, danke. Ich will kein Radio, lass das aus. Welcome to Los Santos. Komm sofort. Ich bin schon rausgegangen. Ich könnte rausgehen. warum hat dieser cursor eigentlich ein scheiß mit der finger das kann so jetzt kann er noch mal einladen jetzt bin ich raus aus der garage 33.000 bekommen geht es direkt aufs konto ja das wird so ich weiß nicht einzahlen ich glaube nur bei den normal ich glaube immer den kontakt version geht es um die tasche erstmal bisschen geld in die tasche denn ich mache ein bisschen cash so geht er